Hallo und willkommen zurück zu GDR 5 Story Mode. In der letzten Folge haben wir einen Hipster getötet, der irgendwelche komischen Technologie-Scheiße da im Fernsehen labern wollte. Aber wir haben einfach sein Handy gesprengt. Ja, dat war mein Erfolg. Jay Norris war er. Ähm, Fail Norris. Hoho, oh mein Gott, war der lustig. So, oh, oh, das ist doch der Raum von meiner Frau. Ui, schick. Ach, leben die nicht in einem Raum? Also, laufen die nicht in einem Raum? Och, wo ist denn Jimmy? Ist er, ich hoffe, der ist natürlich hier schön am Schule machen. Wo ist denn mein Raum eigentlich? Ah, hier. Also, ich glaub mal, das ist mein Raum. Oh, guck mal, ich find's geil, dass die das hier zeigen. So, wo kann ich mich denn umziehen? Weil wir müssen uns professioneller anziehen. So, hier, Outfits. Na, wo ist denn der Anzug-Typ? Ähm, wo hast du denn Anzüge? Hosen. Ja, bitte. Schöne Hosen. Ja, das ist auch schwarz, das geht. Ähm. Offene Hemde. Nee, ich war eigentlich diesen schönen Anzug. Anzüge, hier. Hier haben wir's doch. Ja, so blau. Das steht ihm immer. Sowas steht ihm. Er könnte einfach ein Geschäftsmann sein und jeder mag ihn. Na, wo dann auf zu Lester. Wir haben ihn ja in der letzten Folge komplett überzeugt. Und jetzt kommen wir auf zu ihm. Äh, ich werd kurz nen Marker errichten. Da ist er. Gut. Komm, ich nehm diesen schönen Twingo. Oder ist das überhaupt ein Twingo? Ist ein Kompakt-Bahn, auf jeden Fall. Ah, äh, halt dir H gedrückt, während du stehst. Ja, du konntest ihn mal fertig lesen. Ja, geil. Ui, das ist so ne Slide-Karre. Guck. Und gegen das Schild. Ich hasse diese Leute, die ihr Wagen so an der Straßenseite parken. Junge, wofür gibt's Parkplätze, wenn alle Leute immer ihr Auto dort parken, an der Straßenseite. Das ist so nervig. Und wenn du dann halt als Autofahrer von der linken Seite und der rechten Seite voll mit Autos bist, so, da kommst du ja auch kaum mehr durch. Und dann, wenn, äh, in der anderen Seite auch noch ein Auto kommt, dann wird's richtig eng. Also, ich hoffe, dass die ganzen Leute, die ihr Auto fahren, bitte nicht ihr Auto an der Straßenseite hinstellen, weil das ist so nervig. Ich könnte jedes Mal kotzen, also ich fahre selber nicht, aber es ist trotzdem so nervig, wenn man auch Fahrrad fährt. Also, auch wenn man Fahrrad fährt und jetzt keinen Fußgängerweg hat, dann ist es halt auch echt beschissen. Okay, ist das eigentlich ein E-Auto? Nee, ich dachte nur, weil der Motor so klingt. Aber, äh, GTA 5 kam raus, als E-Autos noch nicht gab's. Heutzutage labert jeder von diesem Scheiß. Und Ile Mas, ja, ach ja. Da will ich aber jetzt nicht beginnen. So. Ach, ist das hier seine Fabrik oder was? Dann komm ich doch mit hier rein. Hey, da ist da. Was ist das denn? Garmentfactory. Ich brauchte einen Job, der nicht mehr braucht, mich nichts zu tun, außerhalb von, äh, bezahlen. Okay, listen. Shh, shh, shh. What do you got? The Holy Grail. The Union Depository. Now, they say it cannot be hit. Hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Aw, when I met him, he was charming. So what do you think? Oh, um, let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, a store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gems it is, then. Let's go to Evangelico and buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. I heard that crew from the south, they all went down. There was a, an eastern-european guy making moves in Liberty City, but, yeah, he went quiet. All right. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in L.S. or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Well, Mike hat recht. Wir brauchen auf jeden Fall einen Kontakt. Egal, wie viele. Vergib dich nach Rockford Hills. Aber klar. Your F.I.B. buddies, they, uh, know you're back in business? F.I.B. buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. But for starters, they, uh, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Well, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular F.I.B. agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Agent Dave Norton, white middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident. The shooting of a notorious stick-up man, Michael Townsend. Yeah, 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 all right. Lester, I'm very impressed. Look, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Jetzt wollen wir einfach nur so 0850, äh, 0815, 0815 laden bestehen. Oh, ich hab mehr erwartet. Ich hab die Bank in Spanien aus Rom. Na gut, wir haben einfach so einen Juwelenladen. Hä, wieso? Warum muss ich jetzt wieder einsteigen? Hier ist doch der Ort. Die paar Meter, Junge. Das ist dein Ernst? Hier sind wir. Begib dich zum Juwelier. Äh, warte mal, wo rein? Was drück ich eh, um die versteckte Kamera der Brille zu aktivieren? Okay. Wo komm ich überhaupt rein? Hä? Ich muss wahrscheinlich, äh, den Weg folgen. Warte mal. Du siehst mich? Mhm. Okay, wir brauchen Schilder der Sicherheitsfeaturen, das Alarmsystem, Ventilation, Kameras. Ja, klar. Darf ich rein? Gut. Ein Foto machen davon. Vielen Dank. Der Alarm-Keypad ist auf der Seite, wenn du in kommst, auf der Wallen, bei der Seite. Ich muss die Kameras... Ich muss die Kameras wieder kaufen. Äh, was wir hier haben? Uh, surveillance und Ventilation. Jetzt, all ich nachher bin, ist der Alarm. Hey, beautiful. Ich muss ein bisschen was für die Frau in meiner Leben holen. Well, eine von ihnen. Sir, ich bin sicher, dass wir dir helfen können. Sag mir über sie. Was ist sie? Cheap. Dank Gott. Das ist nicht, was meine Frau wir sprechen. Haha. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe... Ten grand? Our rings start at eight. Our pendants start at twelve. All right. So these things built to last, or am I just paying for the Evangelical logo here? No, no, no. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 9.50 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm going to take a look around. Think about it. Come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Fine. That was what it was, but you're not done taking photographs. Go back into the shop. Okay. Aber ich hab doch gesagt, ich geh raus. Okay. Hm. Die Kamera hab ich schon vorgrafiert. Hier ist noch eine. I need a shot of the alarm keypad. Was? Alarm? Was? Ich hab grad halt gar nichts verstanden. Bitte sprech halt noch undeutlicher. Also da hinten ist noch eine Kamera. The shots come through. Camera check. Alarm check. Vents check. Ah, okay. Come back to me. Nee, ich hab alles schon richtig gemacht. Ich hab halt nur grad nicht verstanden, was jetzt genau abgeht. Gut, dann alles supi. Ach, ich muss noch. Ja, warte mal. Erstmal muss ich hier hin. Und die Ventilationen kommen. Gut, warte mal. Ich steig ein. Nein, Zugangspunkt zum Dach. Also wahrscheinlich hier vorne nicht. Und drumherum. Was schreien die da so rum? Hm. Das ist aber auch. Ich... Hier wahrscheinlich. Ja. Begebe dich auf das Dach. Aber klar doch. So, Jungs. Darf ich mal kurz hier rein spazieren? Wie da ist es, welche keiner? Ja. Nach deiner Todeslagerung oder Erinnerung war es nicht viel, was uns zusammenhängt. Ja. Hast du ihn überhaupt gesehen? Nach dem Erinnerung? Ich hatte Tabs auf ihn für ein paar Jahre. Ich musste wissen, dass er mich nicht schuldig hat. Ja, woher ging er? Nord, Süd, 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 woher waren es Lücherstiere, die sich überflügt und Hitchhiker, die sich überflügt. Woher haben sie ihn? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? What do you think? OD? Shootout? Maybe just a car crash, right? Anonymous charred remains on the highway? They only knew what a sick puppy they had on their hands. Ah. Gott, ich bin da. Ich bin auf dem Ruf. Ich muss wissen, wo die Luft aus den Winden in Vangelico originiert. Es sollte ein Unit über dem Store sein. Ich muss jetzt wieder ein Foto machen, oder was? Hier ist da ein Foto. Ich bin nach oben. Ich bin nach oben. Hier nicht. Ach, die hier wahrscheinlich. Hier ist er. Hier ist er. Hier ist er. Ich kann da auch hochklettern. Bin drauf. Und jetzt. Ach, hier. Ich muss komplett hoch. Warte mal, wie soll ich denn da raufkommen? Wahrscheinlich. Nee, ich komme da nicht rauf. Hä? Was soll ich denn da machen? Ich habe gerade gar keine Ahnung. Ach, da. Ach, da. Ja, sag doch gleich. Na, siehste. Äh, was muss ich jetzt hier fotografieren? Das hier? Oh Gott. Schmeiß ich doch nicht da rauf. Was ist denn mit dir? Alter, Michael. Der springt aber auch so fahrlässig. Er ist auch kein Akubat, das merke ich. Jump'n'Run hier in diesem Spiel ist auch nicht so gut. Ist auch kein Jump'n'Run. Gut. Also wir müssen leider ganz normal hier runterklettern. Weil springen können die nicht. Vor allem nicht von dieser hohen Distanz. Komm'n, Michael, let's go! Ja. Entschuldigung, dass ich hier die ganzen Treppen noch mitnehmen muss. Ich bin doch schon da. Ah, wir sagen jetzt den so Bescheid. Ey, guck mal. Da haben wir diese Information und das. So, was hast du gesehen? Nothing that'll cause undue complications. Ja, es sieht wie ein einfaches Setup. Cameras broadcasting to a remote Server. Wir werden sie vermutlich auf den Weg. Security guard auf der Tür. Er wird nicht die für die Rüchte Arschlöse und rüben seine Nose in es. Gut. Alarm system ist linken zu der Tür. Wir werden ein guter Winde, wenn jemand mit einem Talenten hackt es. Was noch etwas? Na, der mehr wertvolle Merchandise ist in den Kabinetts in der Mitte der Tür. By der Regist... Sorry. So, ich beginne da. Hm, die Glas in den Kabinetts nicht so sind, das bedeutet, dass du sie schnellst, aber die Stöhnen wird in der Nacht. So, wir gehen in, wenn es open ist, dann? So, wir gehen in, wenn es open ist, dann? So, wenn wir die Golde, re-cut die Rüchte, das ist ein guter Score. Ja, es sei denn, dass wir nicht in die Nachhinein gehen können. Ich arbeite nicht mit Amateurern. Er ist kein Amateur. Oder wenn er ist, dann ist er ein giftiger Amateur, um zu werden Pro. Er ist ein guter Kind, Lester. Du weißt, was sie sagen. Es ist dein Feind. Einer von ihnen zumindest. Die Arbeiter haben ihre Verwendung. Okay, lass uns das aufbauen. Haha, schön sehen, dass die Methoden nicht verändert haben. Wir müssen herausfinden, was wir machen irgendwie. All die Crews, Rolls, Präppwerk. Keine Worte, die Aufmerksamkeit. Also, die Methoden nicht verändert werden. Right, nicht für ein Pro. Ha! Mapping out the options. Showing you all the angles. That's my area of professional expertise. Making decisions. That is your domain, my friend. Here. There's two ways, I see, of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb and you'll need your famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, no, no. We've gotta find some in circulation. It's awkward. It's, uh, real awkward. But this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Delpero freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. Alright, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. Alright, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you wanna do this? Run into the front door or try to play it smart? Also, wenn wir den Raummonster angucken, er ist eigentlich ein kleiner Raum. Äh, ich würde lieber schlau davor gehen, weil laut, boah ne, da verfolgen mich wahrscheinlich die Cops ein, äh, jahrelang. Und schlau ist immer besser. Ist natürlich auch ein bisschen komplizierter. Aber das soll irgendwann natürlich hinkriegen. Wir sind Hitmans spezialist und deswegen immer schlau. Du bist so unbewusst in der alten Zeit, okay? Selekt Personal mit dem in mind. Wie immer. Je besser sie sind, je größer sie sind. Jetzt der Fahrer. Die Fahrer werden die Fahrzeuge und dir durch die Tunnel. Aha, ich kann mir jetzt die Leute aussuchen, die für mich arbeiten. Fahrzeuge, Künstler, Disziplin, Fahrzeug, also. Das ist mein Fahrer. Ja, guck mal, der ist ein guter Treffer. Also der ist ein guter Schütze. Gus Moda. Er ist ein Pro. Nicht viel anderes zu sagen. Hacker. Backoffice, aber... Das ist die Person, die zurecht, wie lange du innen kommst. Da räumen wir ja direkt hier. Paris. Good. Feminine touch. She'll be able to find any back doors they got. If this is how you want to do it, I'll get moving. Dann... Let's go. Also wir haben alles. Los geht's. Great. I'll do some research on the pest control van and the knockout gas and I'll be in touch. Yes. Good. Good. I'll call you and everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa. What? My rep don't count for nothing no more. You're a dead man, Michael. I'll call you. Stimmt. Michael ist ja tot. Also Ben wahrscheinlich die Cops nicht mehr so'n Wert an ihn haben. Gut. Hey, what's up? Hey, man. It's me, Michael. What's going on? Listen. Um... I gotta get hold of the money for that house we pulled down. So... I'm getting a crew together for a... You can guess. The pay will be awful and the risk will be high. But you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dawg. But... I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you can put together your own deals. Your own... Jobs. So... There's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Hey, I'm going, man. Before you take advantage. Show me. As soon as I have to go. It's right. I don't know how this outfit is going. So... I don't know how this outfit is going. das war es erstmal mit der mit dieser folge hier für kurz den spielstand speichern wenn wir uns beim nächsten mal wieder sehen haut rein